Gute, mein Name ist Boris Löffert, ich bin Fotograf und Fototrainer bei www.foto-workshops.de Ich habe euch ja angekündigt, wir machen kleine Fotoschnippelche, heute erster Teil. Es geht um die Blende. Fotografieren bedeutet malen mit Licht. Das heißt, wir erzeugen Abbildungen mit Hilfe des Lichtes. Dass da jetzt das Licht, das könnt ihr alle checken, wenn ihr mal draußen rumlauft, unterschiedlich von der Beschaffenheit sein kann. Das kann eine unterschiedliche Farbe haben, das kann unterschiedlich hell sein, das kann unterschiedlich weich oder hart sein. All solche Dinge müssen wir sozusagen mit der Kamera in der Lage sein, da Anpassungen vorzunehmen. Die Kamera hat von Haus aus, jede Kamera hat von Haus aus drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Erstens kann man sozusagen regeln, wie viel Licht kommt denn überhaupt in die Kamera rein. Dafür ist die Blende zuständig. Das ist das Thema heute. Das zweite ist, wie lange darf denn das Licht da rein? Dafür ist der Verschluss zuständig. Das ist das Thema irgendwann. Und dann haben wir noch die Empfindlichkeit. Das heißt, wie empfindlich reagiert denn überhaupt mein Aufnahmematerial? Egal, ob das jetzt ein Film ist oder ein Sensor. Wie empfindlich reagiert er denn auf das vorhandene Licht? Und das ist der ISO-Wert. Mit diesen drei Möglichkeiten können wir sozusagen steuern, dass das Licht, das auf unserem Aufnahmematerial auftrifft, auch immer die richtige Helligkeit hat. Das ist im Grunde genommen eine der wichtigsten Sachen in der Fotografie, dass wir tatsächlich sozusagen erstmal ein vernünftig belichtetes Bild erzeugen. Diese drei Einstellmöglichkeiten haben noch anderen Einfluss auf unsere Bildgestaltung. Das soll aber jetzt am Anfang gar nicht das Thema sein, sondern am Anfang geht es wirklich darum, überhaupt erstmal ein Bild zu haben, das von der Belichtung her gut ist. Und heute kümmern wir uns deshalb um die Blende, zumindest mal im Zusammenhang mit der Belichtung. Blende im Zusammenhang mit der Gestaltung, sprechen wir nur ganz kurz an, gibt es ein extra Video dazu. Die Blende ist streng genommen nur das mechanische Bauteil, das sich innerhalb des Objektivs befindet. Ich habe hier mal drei Objektive mitgebracht. Bei zweien kann ich die Blende direkt am Objektiv einstellen. Bei diesem hier geht es nicht mehr. Das heißt, die Blende wird direkt mittels der Kamera eingestellt. Mit Hilfe der Kamera kann ich also sozusagen sagen, welche Blende am Objektiv eingestellt werden soll. Hat beides Vor- und Nachteile. Wenn ich es an der Kamera einstelle, kann ich irgendwie schön meine Hand immer dran lassen und kann hier am Rädchen drehen und das verändert sich. Auf der anderen Seite kann ich jetzt hier euch das nicht zeigen, wie das funktioniert mit der Blende. Also deshalb habe ich die beiden Objektive hier mal mitgebracht. Da haben wir ein etwas älteres. Das ist ein Nikon 85 1,8. Schon ein älteres Modell. Hat aber schon Autofokus, also nicht mehr ganz manuell. Und hier haben wir ein etwas moderneres. Also das ist relativ neu auf dem Markt. Astrohori heißt die Firma. Die machen sehr günstige Objektive. Aus China fühlt sich gut an. Ist aus Metall gefertigt. Und ich habe die beiden ausgewählt, weil die unterschiedlich sind mit ihrem Blendenring. Also die haben hier einen Blendenring, an dem kann ich das einstellen, die Blende. Und genau, das Nikon Objektiv ist tatsächlich zum Fotografieren hauptsächlich gemacht. Das lässt sich in Stufen einstellen. Das heißt, der Ring rastet jedes Mal ein, wenn ich dran drehe. Und genau, von daher bin ich sozusagen auch im Blindflug immer sicher, wie weit ich den gedreht habe. Andersrum haben wir hier das Astrohori. Also genau, das hat einen sozusagen stufenlosen Blendenring. Das braucht man hauptsächlich, wenn man filmt. Ist das ein ganz gutes Hilfsmittel? Ja, dann hat man da nicht so ein Geruckel drin, wenn man da an der Blende was stellt. Auf der anderen Seite weiß man natürlich im Blindflug nicht, was habe ich denn jetzt eingestellt? Wie weit habe ich denn jetzt hier weiter geblendet und wie weit nicht? Das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten, die man an den Objektiven hat. Die Blende, wie gesagt, ist sozusagen eine Irisblende. Ihr könnt euch das vorstellen, ein bisschen wie die Iris im Auge. Wenn ihr im Sommer draußen seid, ist die Iris weiter geschlossen. Das heißt, die Pupille ist kleiner. Und umgekehrt, wenn ihr im dunklen Raum seid, dann geht die Iris weiter auf und ihr kriegt mehr Licht in euer Auge rein. Und genau so ist das hier beim Objektiv auch. Ja, also das heißt, wir haben sozusagen eine Irisblende verbaut da drinnen. Genau, die funktioniert mit kleinen Lamellen. Da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, unterschiedliche Mengen von Lamellen. Das ist auch nicht ganz unerheblich, wie viele Lamellen da verbaut sind, weil natürlich je mehr Lamellen ich verbaue in so eine Blende, umso eher wird die Öffnung, die entsteht durch die Blende, rund und nicht eckig. Und das hilft sozusagen in der Gestaltung hinterher, in den Unschärfekreisen diese Kreise auch tatsächlich rund zu machen und nicht irgendwie wie ein Sechseck aussehen zu lassen. So, also, was können wir mit der Blende machen? Die ist da drinnen. Wie gesagt, hauptsächliche Aufgabe ist die Regelung der Lichtmenge, die ich reinlasse, indem ich sozusagen die Blende, das Loch kleiner mache von der Blende. Kommt weniger Licht rein, mache ich es größer, kommt mehr Licht rein in die Kamera. Das ist die eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe, die die Blende erfüllt, ist tatsächlich sozusagen die Qualität, die Schärfequalität, die Schärfeleistung von so einem Objektiv zu verbessern. In einem bestimmten Blendenbereich, man spricht in der Regel davon, das ist so eine Faustregel, die, wenn ich es zweimal abgeblendet habe, das Objektiv, also zwei Blenden kleiner mache als die volle Öffnung, dann hat das Objektiv in der Regel so seine beste Schärfeleistung. Das liegt daran, dass am Rand die Lichtstrahlen immer ein bisschen schwierig zu handeln sind für die Hersteller, für die Objektivhersteller und für die Optiker. und wird deshalb am Rand eigentlich schlechtere Abbildungen generieren. Wenn ich jetzt sozusagen den Rand ein bisschen kleiner mache, dann fällt es nicht mehr so ins Gewicht und dann habe ich eine bessere Schärfeleistung. Ja, das ist das eine. Das andere ist, man hat Auswirkungen auf die Tiefenschärfe eines Bildes. Also das heißt, wie weit im Raum kann ich scharf mein Objekt darstellen? Das ist wie gesagt eine Gestaltungsfrage. Kümmern wir uns in einem anderen Video drum. Heute geht es um die Belichtung. Was die Blende außerdem kann, ist tatsächlich so Blendensterne erzeugen bei punktförmigen Lichtquellen. Und da ist ganz ausschlaggebend dafür, wie viele Lamellen sind da in der Blende verbaut. Damit kann ich sozusagen die Menge der Strahlen variieren, die da passieren werden. Also das heißt, ich kann es nicht selber variieren, aber ich kann schon mal feststellen, okay, wenn ich so einen Blendenstern erzeugen möchte, wie viele Strahlen werde ich denn haben? Gibt es eine Tabelle, kann man nachlesen, kann man sich auch selber berechnen zur Not. Ist aber nicht so wichtig. Also da würde ich lieber in die Tabelle gucken, als mir das selber zu berechnen. Die Blende wird in Zahlen ausgedrückt. Es gibt die sogenannte Blendenzahl. Die Blendenzahl ist eine mathematische Größe. Die kann man berechnen. Und die berechnet sich sozusagen aus der Brennweite des Objektivs. Also hier hätten wir 50 mm Brennweite und hier hätten wir 85 mm Brennweite. Und dem wirksamen Blendendurchmesser. Das heißt, das Loch, das in der Blende entsteht, wie groß ist das tatsächlich? Was hat das für ein Durchmesser? Genau die Formel zur Berechnung der Blende heißt, K, das ist die Blendenzahl, also Blendenzahl K ist gleich Brennweite, geteilt durch den wirksamen Durchmesser. In der Kurzform, die Brennweite wird mit F beschrieben, der Durchmesser mit D. Also haben wir eine Formel, die da steht, die heißt K ist gleich F durch D, also Brennweite durch Durchmesser. Was bedeutet das praktisch, damit man sich das vorstellen kann? Das bedeutet sozusagen, ich habe einen Durchmesser von der Blendenöffnung und den, wenn ich den jetzt auf die, auf meiner Brennweite, das eine Strecke ja ist, Brennweite ist eine Strecke, wenn ich jetzt diesen Durchmesser auf die Strecke aufteile, wie oft kann ich den da reinbauen? So, damit erklärt sich auch, warum das so ein bisschen schwierig ist mit den höheren Zahlen, bedeuten kleinere Löcher und umgekehrt. Klar, wenn ich 22 mal den Durchmesser auf der Brennweite abtragen kann, dann ist das Loch natürlich kleiner, als wenn ich es nur 5 mal abtragen kann. Was aber damit auch einhergeht mit dieser Betrachtung, ist tatsächlich sozusagen der Blendendurchmesser von der beispielsweise Blende 4 ist natürlich in einem 85 mm Objektiv größer als in einem 50 mm Objektiv. Ja, also das heißt, die Brennweite, das hat Einfluss sozusagen auf den Durchmesser der Blende. Das sind schon mal die wichtigsten Kennzahlen von der Blende. Jetzt haben wir immer die Frage, okay, wie weiß ich denn, was ich da für eine Blende nehmen muss und was habe ich denn da für eine Blende überhaupt? Ja, es gibt eine Blendenskala, die volle Blendenschritte abbildet. Diese Blendenskala ist genormt sozusagen, zumindest, das ist ein kleiner Funfact am Rande, seit den 1920er Jahren ungefähr. Vorher gab es verschiedene Messsysteme und Kennzahlen für die Blende. Diese normierte Blendenreihe, wie wir sie kennen, gibt es erst seit ungefähr den 1920er Jahren und auch Kodak ist da nochmal ein bisschen extra unterwegs gewesen und hat da noch ein altes britisches Maßsystem verwendet, das es zum Rechnen tatsächlich ein bisschen einfacher macht. Da sind die Amerikaner sowieso ganz groß drin, kommen wir bei den ISO-Zahlen nochmal dazu. Genau, aber das nur am Rande. So, also wir haben eine genormte Blendenreihe. Die geht sinnvollerweise los bei 1. Es gibt tatsächlich auch Blenden, die kleiner sind als 1. Es gibt ein Objektiv mit einer Blende 0,7. Das heißt, 1 würde bedeuten, alles Licht, das da vorne reinkommt, kommt auch hinten wieder raus. Das ist bei 0,7 so, dass es hinten sozusagen hinter dem Objektiv heller ist als vor dem Objektiv. Es gibt ein Objektiv von Zeiss, das das kann. Ist aber ein Spezialobjektiv, die meisten Leute von euch werden nicht dazu kommen, dieses Objektiv mal in der Hand zu halten, geschweige denn zu verwenden. Wenn doch, habt ihr Glück, probiert es aus, ist bestimmt ein cooles Ding, ich habe es noch nie gesehen. Gut, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass diese Blenden-Skala bei 1 losgeht, das ist ja ein sinnvoller Wert, dann ist mit jedem vollen Blenden-Schritt, kriege ich hinten nur noch die Hälfte der Lichtleistung. Also das heißt, ich mache zu, eine Blende, einen vollen Blenden-Schritt und dadurch kriege ich hinten dran nur noch die halbe Lichtmenge sozusagen hinter der Blende, wie ich sie vor der Blende reinschicke. Das ist wichtig, um hinterher zu verstehen, wie sowohl Zeitblende als auch ISO zusammenhängen. Um diesen Wert jetzt zu berechnen, brauche ich natürlich auch wieder eine Zahl und weil es ja so eine quadratische Geschichte ist mit dem Licht und so, gibt es eine Quadratwurzel aus 2. Das ist der nächste Wert, 1,4. Ich habe euch die Blenden-Skala mal eingeblendet und genau, also erstmal sieht das ein bisschen verwirrend aus. Wenn man es sich genau anschaut, ist es aber ziemlich einfach und zwar verhält es sich so, wenn man sich die zwei Werte merken kann, den Wert 1 und die Wurzel aus 2, nämlich 1,4, dann weiß man die ersten beiden Werte in dieser Blenden-Skala. So, und dann verdoppelt sich das ein über das andere Mal. Das heißt, aus der 1 wird eine 2 und aus der 1,4 wird eine 2,8 und dann wird aus der 2 eine 4 und aus der 2,8 eine 5,6 Aus der 4 wird eine 8 und jetzt, Achtung, gibt es einen Rundungsfehler Wir kommen nämlich nicht auf 11,2 sondern auf 11 glatte 11 Das liegt ein bisschen daran, dass Fotografen in der Regel keine Mathematiker sind, sondern tatsächlich Fotografen und für unsere Zwecke reicht es auch, wenn wir sagen Blende 11 und dann geht es weiter mit Blende 16, 22, 32, 45 theoretisch gibt es da noch höhere Werte, die aber in der Praxis kaum eine Rolle spielen. Die Blendenskala wird in vollen Blendenstufen angegeben. Eure Kameras haben die Möglichkeit, auch Zwischenstufen anzugeben. Für Fotografen ist es so in der Regel, dass sie keine Zwischenstufen mit wirklichen Zahlen belegen, also jetzt mit Blende 10 beispielsweise, das gibt es oft in den Kameras, wird das angezeigt, oh, ich habe eine Blende 10 eingestellt, sondern die Fotografen reden dann von 8, 2 Drittel. Ja, das heißt, wir unterteilen sozusagen die Abstände zwischen den vollen Blendenstufen nochmal in Drittel blenden, um dann eine feinere Abstufung haben zu können und das wird tatsächlich dann betitelt mit 8, 2 Drittel statt mit 10. Ich finde das immer ein bisschen verwirrend, wenn der Blende 10 steht, muss ich persönlich immer hin und her rechnen, was ist denn das jetzt eigentlich. Das sind schon eigentlich die wichtigsten Angaben zur Blenden-Skala. Also das heißt, ihr müsst euch zwei Werte merken, das ist der Wert 1 und der Wert 1,4. Damit könnt ihr euch die Blenden-Skala immer wieder herleiten. Das ist was, wie ich das mache, das hilft mir ungemein, mir das zu merken. Also klar, wenn man es oft genug gemacht hat, bleibt einem das auch so im Kopf, dann weiß ich, dass nach der 8 die 11 kommt und nach der 11 die 16. Aber gerade für den Anfang ist es eigentlich ganz gut, wenn ich sozusagen einen Zettel rausholen kann und kann mir das mal schnell aufschreiben. Und dafür muss ich nur sozusagen die Blende 1 wissen und die 1,4, das ist die Wurzel aus 2. Und dann verdoppele ich das ein über das andere Mal und schon, zack, kann ich mir die ganze Blendenreihe aufmalen, ohne dass ich großartig drüber nachdenken muss. Wenn ich die Blende um eine Blende schließe, also das Loch kleiner werden lasse, dann nennt man das Abblenden und bei jedem Abblenden entsteht hinter der Blende nur noch die halbe Helligkeit. Objektive haben ihre schärfste Darstellungsform immer dann, wenn der Blendenring zweimal abgeblendet ist. Jetzt angenommen, ich hätte dieses Objektiv hier von Nikon, das hat eine Offenblende von 1,8. Das heißt, die maximale Schärfeleistung, die ich damit bekommen kann, wäre bei Blende 4. Ja, wenn ich also zweimal abgeblendet habe von 1,8 sozusagen auf die 2,8 also 1,8 ist ja nahezu 2 auf die 2,8 und dann auf die 4 dann habe ich die beste Schärfeausbeute, die dieses Objektiv insgesamt zur Verfügung stellen kann. Hier vorne auf dem Objektiv haben wir eine Kennzahl eingegeben. Hier steht auf diesem hier 1 zu 1,8. Das bedeutet, dass die größte Blendenöffnung, die ich mit diesem Objektiv einstellen kann, der Blendenzahl 1,8 entspricht. Das ist für mich eine sehr wichtige Kennzahl, das zu wissen. Damit kann ich einschätzen, ob ein Objektiv eher für dunklere Situationen geeignet ist oder nicht. Problem ist, wenn ich mit ganz so offener Blende arbeite, dass ich einen sehr geringen, tiefenschärfen Bereich im Bild bekomme. Das heißt, es kann gut sein, dass ich mal schärfe Probleme bekomme, wenn ich Sachen fotografieren möchte, die eine gewisse Ausdehnung im Raum erzeugen. also was weiß ich, wenn ich jetzt einen Mensch fotografiere mit Blende 1,8 und bin relativ nah dran, dann kann ich das Auge scharf stellen sozusagen und dann kann es schon sein, wenn ich den Kopf ein bisschen schief halte, dass das zweite Auge schon unscharf ist oder die Nasenspitze ist schon unscharf und die Ohren sind schon unscharf. Also diese Tiefe von der Kamera weg und zur Kamera hin, die hat eine gewisse Ausdehnung, die ich scharf abbilden kann und dafür ist die Blende mit zuständig. Je kleiner das Loch ist von der Blende, also je größer die Blendenzahl, die ich einstelle, umso größer wird dieser Bereich, den ich scharf abbilden kann. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen jemanden fotografieren möchte und möchte, dass nicht nur die Augen scharf sind, sondern auch die Nasenspitze und die Ohren, dann muss ich schon mal abblenden. Wie weit das ist, wie weit man abblenden muss, hängt von verschiedenen Faktoren noch ab, unter anderem von der Brennweite des Objektivs und auch davon, wie nah bin ich denn am Objektiv. Das heißt, wo habe ich denn meine eigentliche Schärfeebene liegen? Ist die eher nah an der Kamera oder ist die weiter weg von der Kamera? Tiefenschärfe besprechen wir nochmal in einem anderen Video. Das sogenannte Bokeh, die Blende erzeugt in den Bereichen, die vor oder hinter der Schärfeebene im Bild liegen. Sogenannte Unschärfekreise. Die Unschärfekreise werden heutzutage auch gerne als Bokeh bezeichnet. Wenn ich mir jetzt also eine Lichtquelle anschaue, eine punktförmige Lichtquelle im Hintergrund habe, beispielsweise, und die ist in der Unschärfe drin, und dann kann ich sozusagen sehen, okay, ich habe einen abgebildeten Kreis, damit kann ich auch sehen, ist es eher ein Kreis oder ist es eher ein Vieleck. Das hängt davon ab, wie viele Lamellen in dieser Blende verarbeitet wurden. Und ja, dieses Bokeh wird umso runder, je mehr Lamellen verarbeitet werden. Also habe ich viele Lamellen, kriege ich eine schöne runde, Unschärfekreise, habe ich irgendwie weniger Lamellen, dann habe ich eher so eine Art Sechseck, wie so ein Stoppschild gegebenenfalls. Das sieht dann nicht so schön aus im Hintergrund. Also auch das ist eine Sache, wo man nachgucken kann, wenn man sich ein Objektiv kaufen möchte, wie viele Blendenlamellen hat das denn, dann ist es ein Anzeichen dafür, kriege ich eher ein rundes Bokeh oder eher ein eckiges Bokeh. Fotografen sind keine Mathematiker, deshalb haben sich in der Blenden-Skala auch tatsächlich Rundungsfehler eingeschlichen. Ja, der erste Rundungsfehler, der augenscheinlich eintritt, wahrscheinlich gibt es da vorher auch schon Ungenauigkeiten, wenn man es auf mehrere Kommastellen berechnen würde, aber tatsächlich der erste Rundungsfehler, der auffällig ist, ist bei der Blende 11, die müsste eigentlich 11,2 heißen und daran merken wir, okay, die Fotografen sind eher, was so Zahlen angeht, einfach gestrickt, das heißt, wir mögen es gerne, wenn die Zahlen deutlich sind und das reicht ja auch völlig. Ja, also für einen Optiker reicht das vielleicht nicht, aber für mich als Fotograf ist es völlig ausreichend, dass ich weiß, ich arbeite mit einer Blende 5,6 oder 8 oder 11 und ich muss nicht wissen, dass das eine 11,2 sein könnte, müsste von der Rundung her. Solche Ungenauigkeiten haben wir auch gerne als Fotografen, auch dann, wenn es beispielsweise dann zur Verschlusszeit kommt, werden wir das auch sehen, dass wir da mit Rundungsfehlern gerne arbeiten, das ist durchaus okay. So, ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst und wer von euch kann jetzt nochmal vielleicht eine Zusammenfassung dessen machen, was ich über die Blende hier gesagt habe. Der Avatar, Avatar, hau raus, was immer du zu sagen hast. Eine Blende in einem Objektiv ist ein Mechanismus, der dazu dient, das Licht, das durch das Objektiv auf den Sensor oder den Film gelangt, zu regulieren. Sie besteht aus mehreren, kreisförmig angeordneten Blättern, die sich öffnen und schließen, um die Größe des Lichteinfalls zu variieren. Die Blende wird üblicherweise durch den Fotografen manuell oder automatisch eingestellt, um die gewünschte Menge an Licht auf den Sensor zu lassen. Eine größere Blende, kleinere Blendenzahl, lässt mehr Licht durch und eine kleinere Blende, größere Blendenzahl, lässt weniger Licht durch. Dies hat Auswirkungen auf die Schärfentiefe des Bildes sowie auf die Belichtungszeit. Eine größere Blende führt zu einer geringeren Schärfentiefe, was bedeutet, dass ein kleiner Teil des Bildes scharf und der Rest unscharf erscheint. Eine kleinere Blende führt hingegen zu einer größeren Schärfentiefe, wodurch das gesamte Bild schärfer wird. Eine längere Belichtungszeit ist erforderlich, wenn eine kleinere Blende verwendet wird, um das gleiche Maß an Helligkeit zu erreichen. Zusammenfassend ist die Blende ein wichtiger Bestandteil eines Objektivs, der die Menge an Licht reguliert, das auf den Sensor gelangt. Sie beeinflusst die Schärfentiefe und Belichtungszeit und kann manuell oder automatisch eingestellt werden. Meine lieben Zuschauer, es war mir eine Freude, dieses Video mit Ihnen zu teilen. Wenn Sie denken, dass es Wert hat, gelieke zu werden, bitte drücken Sie den entsprechenden Knopf. Und wenn Sie mehr von meinem Denken und Schaffen sehen möchten, so empfehle ich Ihnen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zu einem erneuten Wiedersehen, verbleibe ich mit hochachtungsvollen Grüßen, Ihr Avatar.